Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Die Reise mit dem Camper wird immer beliebter als aktuell, ja gefragt wie nie. Die große Freiheit, du bist nicht an ein Hotel gebunden und kannst dir deine Route frei planen. Auch wir haben ja für die Fotoreise Schottland in diesem Jahr uns wieder einen Camper angemietet. Allerdings gibt es einige Sachen zu beachten. Und zwar vor allem, dass eure Campingreise im Endeffekt nicht, vielleicht doppelt oder dreifach so teuer ist, wie ihr es geplant habt. Was ihr beachten solltet, unbedingt beachten solltet, das erfahrt ihr in diesem Video. Reisen mit dem Camper, mit dem Wohnmobil, aktuell ja sehr, sehr gefragt. Denn du hast natürlich die Möglichkeit, gerade wenn du vielleicht auch nicht nur in Deutschland unterwegs bist, sondern auch im Ausland, wie wir zum Beispiel in diesem Jahr wieder in Schottland, dass du nicht so ortsgebunden bist. In Schottland ist es ja schon möglich, in bestimmten Grenzen, sagen wir mal, wild zu campen. Es gibt natürlich auch tolle Campingplätze, aber du hast natürlich eine andere Freiheit. Gerade wenn du hoch in den Norden in Schottland fährst, wird es sehr, sehr dünn besiedelt. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns die Kosten mal so hingerechnet haben, wir haben mal verglichen, was haben wir im letzten Jahr, wo wir ja schon in Schottland waren, wer die Reise noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch hier mal die Teile, dass wir das mal gegengerechnet haben, ja. Was zahlen wir für eine Unterkunft, für ein Hotel? Und das muss gar nicht teuer sein, denn teuer wird es in Schottland von alleine, je dünner besiedelt es ist. Und welche Kosten stehen dem gegenüber, wenn wir ein Wohnmobil mieten, mit dem wir natürlich noch flexibler sind. Ja, und schnell ist uns dann klar geworden, dass das Wohnmobil definitiv, wenn man auf Wohnmobilreisen steht, definitiv eine wesentlich günstigere Kostenalternative darstellt. Natürlich gibt es auch hier einige Sachen zu beachten. Wohnmobile könnt ihr je nach Größe zwischen 100, 150, 160 Euro am Tag mieten. Wir haben ja auch in diesem Jahr wieder mal den Campervermieter unseres Vertrauens Mobilzon in Rostock gewählt, weil wir uns da einfach persönlich am besten aufgehoben fühlen. Da gibt es tolle neue Wohnmobile und wir haben uns da so ein bisschen irgendwie auch in die Wohnmobilreisen dann ja auch verliebt. Aber dazu nachher mehr, wenn wir unsere Videos entsprechend zur Fotoreise 2023 auf YouTube euch präsentieren. Aber am Anfang steht natürlich die Entscheidung, was mietest du? Wo mietest du? Und dann sind natürlich schnell Fragen offen, wie zum Beispiel, was ist denn mit versichert? Denn nach der ersten Euphorie eines solchen Campingausfluges steht natürlich dann auch schnell die Frage da, man kennt es ja von der eigenen Fahrzeugversicherung, was ist denn, wenn mal etwas passiert? Und genau die Frage haben wir uns auch gestellt, denn aus dem Bekanntenkreis, beste Grüße gehen raus an Dirk Verwein, der hat uns nämlich auch schon einige Sachen aus seinem eigenen Camper erzählt, wo er dann mal plötzlich eine Schranktür in der Hand hatte oder irgendwas anderes ist ausgefallen. Und da steht natürlich schnell dann die Frage, die man sich stellt, was ist denn, wenn das mit einem solch gemieteten Wohnmobil passiert? Und da gibt es tatsächlich, ja, schnell eine böse Überraschung. Bei uns war es so, beim Mobilzorn wurden wir sofort darauf hingewiesen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Man hat uns darauf hingewiesen, dass es vielleicht angebracht wäre, den Selbstbehalt, der bei den meisten Vermietern ab 1000 Euro Selbstbeteiligung losgeht, dass man den reduzieren kann und vielleicht auch im besten Fall reduzieren sollte. Warum? Da kommen wir gleich zu. Denn 1000 Euro Selbstbeteiligung bedeutet natürlich im Worst Case, du hast dir vielleicht ein Wohnmobil gemietet, wenn du selber vielleicht noch gar nicht so viel Transportergröße irgendwie gefahren bist, dann bist du schnell auch mal irgendwo angeeckt. Ja, und so ein kleiner Lackstaden an der Stoßstange kann die 1000 Euro schnell schon mal auffressen. Und da hast du nämlich ein Problem. Du warst eine Woche unterwegs, hast vielleicht für 1000 Euro den Camper gemietet und aus den 1000 werden dann 2000. Denn um die Selbstbeteiligung kommst du ja nicht drum rum. Das heißt, wenn ihr so einen Camper anmietet, fragt als allererstes, Versicherung, Vollkasko, sind es ja in den meisten Fällen, aber wie viel Selbstbeteiligung ist da drinne? Und genau diese Selbstbeteiligung, um die geht es auch in diesem Video. Denn wir haben uns natürlich einen Plan gemacht. Wir haben natürlich einen Hinweis bekommen von unserem Vermieter, der uns gesagt hat, ja, guck dir mal mal bei der Versicherung vorbei, da kriegt ihr einen guten Tarif. Ja, jetzt bin ich ja von Haus aus skeptisch und habe mir die natürlich angeguckt, habe mir aber noch zwei andere angesehen, die du schnell im Netz findest, wenn du danach mal googelst. Und tatsächlich gibt es da gravierende Unterschiede. Nicht nur im Preis, sondern eben auch in der Leistung. Und ein Tipp, den wir von Mobilzone bekommen haben, den fand ich richtig gut. Und da wurde nachher die Auswahl dann ziemlich klein. Also, damit ihr natürlich, wenn ihr unterwegs seid, ihr seid versichert, aber den Selbstbehalt umgehen könnt und es passiert schnell was. Glaubt es mir, schnell bist du mal irgendwo gegengeratscht oder dir fährt mal jemand gegen. Das ist ja, du musst ja immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Ja, also du musst nicht mal schuld sein. Du parkst irgendwo auf dem Parkplatz, gehst schnell shoppen, kommst wieder, ist ja einer reingefahren. Ja, dann hast du ein Problem, denn die Selbstbeteiligung wird dann fällig. Tja, wie könnt ihr die jetzt umgehen? Ihr könnt sie umgehen, indem ihr bei verschiedenen Versicherungsanbietern gibt es solche Caravan-Zusatzversicherungen. Das heißt explizit für die Anmietung eines entsprechenden Caravans. Und da könnt ihr dann eure Selbstbeteiligung nicht nur reduzieren, sondern, was ich tatsächlich auch ziemlich gut fand, ihr könnt zusätzliche Aspekte mit versichern. Ich habe euch mal drei unterschiedliche Versicherungen rausgesucht. Drei unterschiedliche, von denen wir selbst auch für dieses Jahr eine abgeschlossen haben, weil mich einfach Preis-Leistung überzeugt hat. Bevor wir aber mit den Versicherungen loslegen an dieser Stelle. Ich kriege von keiner Versicherung Geld fürs Video. Ja, ich habe sie tatsächlich auf meine eigene Kosten, auf meine eigene Zeit raus, euch mal rausgesucht, weil ich das wirklich einen wichtigen Aspekt finde. Also es ist kein gesponsertes Video, auch wenn hier irgendwo da oder da Werbung steht. Klar, ich stelle euch jetzt was vor. Dann bin ich leider gesetzlich verpflichtet, da Werbung hinzuschreiben. Ist kein bezahltes Video oder sonstiges. Das ist jetzt quasi meine persönliche Empfehlung. Und natürlich entbindet meine persönliche Empfehlung auch nicht von der fachmännischen Beratung durch vielleicht ein Versicherungsvertreter eurer Wahl. Also das nur am Rande. Also, ich habe euch drei Versicherungen rausgesucht. Einer davon haben wir selber gebucht. Ich sage euch auch im Anschluss, warum. Und die vergleichen wir jetzt mal miteinander. Ich habe euch mal eine kleine Grafik gemacht. Die gehen wir mal nach und nach durch. Und dann seht ihr schon, wo tatsächlich die Unterschiede bei den unterschiedlichen Versicherern liegen. Nicht nur im Preis, sondern vor allem in der Leistung. Man muss natürlich im Netz ein bisschen suchen. Ich habe euch drei verschiedene herausgesucht. Und zwar ist das einmal die Ergo-Versicherung, die Hanse-Merkur-Versicherung und die Würzburger Versicherung, die ein entsprechendes Paket anbieten. Als erstes schauen wir uns mal an, welche Art von Fahrzeuge sind denn möglich zu versichern. Bei der Ergo ist das das Wohnmobil, der Camper, der Caravan und der Wohnwagen. Bei der Hanse-Merkur beschränkt sich das Ganze dann schon wieder nur auf ein Wohnmobil und auf einen Camper. Also wenn ihr euch dort einen Wohnwagen ausleihen wollt, ist der hier nicht mit versicherbar. Die Würzburger, dort auch ein Wohnmobil, ein Camper und ein Wohnwagen. Damit dürfte ja das Wichtigste auch dort abgedeckt sein. Jetzt geht es natürlich um die Selbstbeteiligung. Bei allen drei Versicherungen habt ihr die Möglichkeit, diese Selbstbeteiligung auf einen Betrag von 250 Euro zu reduzieren. Je nach Anbieter kann das natürlich eine erhebliche Reduzierung darstellen. Wir haben zum Beispiel bei Mobilton eine Selbstbeteiligung von 1.000 Euro. Ich habe aber auch schon andere Anbieter gesehen, die haben teilweise Selbstbeteiligung 2,5 oder sogar 5.000 Euro. Und das ist natürlich ein Happengeld, wenn dann was passiert. Man kann die Versicherungssumme auswählen. Bei der Ergo ist es so, dass ihr Versicherungssummen, das heißt den Selbstbehalt, den ihr eigentlich bezahlen müsstet, in Höhe von 1.000, 2.000, 3.000 und 5.000 Euro auswählen könnt. Je nachdem gestaltet sich dann natürlich auch euer Versicherungsbeitrag. Bei der Hansemerkur ist maximal ein Betrag von 1.500 Euro versicherbar. Das heißt, wenn ihr da eine eigene Selbstbeteiligung habt mit einer anderen Höhe, ist das schon schwierig, denn hier ist tatsächlich Maximum 1.500 Euro. Dann haben wir die Würzburger. Auch die bietet zwei Stufen an, und zwar einmal 1.000 Euro und einmal 1.500 Euro. Also auch hier, wenn es nach oben raus teurer wird, bleibt ihr auf den restlichen Kosten sitzen. Und jetzt eine ganz wichtige Sache, Gepäck und Inhalt. Denn es geht ja nicht nur darum, dass euch vielleicht jemand ins Auto fährt, vielleicht auf dem Parkplatz, sondern natürlich auch vielleicht der Fall eintritt, dass jemand in euer Wohnmobil einbricht, während ihr zum Beispiel einkaufen seid. Oder ihr seid am Strand, ihr macht tolle Fotos und in der Zeit denkt sich so ein Langfinger, Mensch, da gucken wir doch mal, was da drin ist in dem Wohnmobil. Deshalb, bei der Ergo habt ihr 6.000 Euro für Inhalt. Da zählt auch Fotoequipment zu und Sportgeräte. Wenn ihr vielleicht im Winter unterwegs seid mit dem Wohnmobil, kann man ja auch machen, und ihr fahrt zum Beispiel Ski oder ihr geht tauchen, dann ist bis 6.000 Euro entsprechend Gepäck und Inhalt, das euch gehört, bewegliche Sachen versichert. Bei der Hanse Merkur sind es dann schon nur noch 5.000 Euro. Und bei der Würzburger ist es identisch, dort habt ihr auch 5.000 Euro. Und jetzt kommt tatsächlich noch ein Part, den ich sehr wichtig finde und auf den ich überhaupt gar nicht selbst gekommen wäre. Und zwar eine Innenraumversicherung für den Camper, für den Wohnwagen, für das Wohnmobil. Ja, warum ist das notwendig? Und wieso Innenraum? Es kann ja nicht nur außen was passieren, sondern wer schon mal mit dem Camper unterwegs war. Und auch Dirk hat es mir natürlich, beste Grüße, wie gesagt, an dieser Stelle, mir mal sehr anschaulich gezeigt. Ja, gerade wenn du unterwegs bist, die Platzverhältnisse sind ja doch ein bisschen beengter, als du sie vielleicht kennst von einer Ferienwohnung oder einem Hotel. Ja, und schnell mal ist vielleicht auch eine falsche Bewegung gemacht und zack hast du den Knauf oder die Tür von einem Fach in der Hand. Ja, oder du hast die Dusche falsch zugemacht. Da gibt es ja tollste Mechanismen, die du kennen musst. Und plötzlich ist was abgebrochen. Und das kann natürlich ein Problem sein. Denn gerade solche Kleinigkeiten, ja, die kosten natürlich, weil sie fest verbaut sind in solch einem Camper, schnell sehr viel Geld. Also quasi eigene Dürzeligkeit. Du bist zurückgegangen, die Tür war auf. Du hast entgegen der Öffnungstürseite, bist du gegengerammelt. Bopp, liegt die Tür im Innenraum des Campers, die geht nicht mehr ran und muss repariert werden. Das ist natürlich in den Haftpflicht, in den Vollkasko, Versicherungen der Anbieter, der Vermieteranbieter, das daran nicht enthalten. Ja, oder du hast Kinder mit. Ja, dann ist ja sowas quasi vorprogrammiert. Gardiner ab, Lampe ab, Tür ab, Türgriff ab. Gib her, ich kann das. Oh, kaputt. Ja, kennt ihr vielleicht. Wer Kinder hat, der wird das kennen. Und da ist es tatsächlich, eine Innenraumversicherung zu haben. Und hier trennt sich tatsächlich schon die Spreu vom Weizen. Denn bei der Ergo ist das mit drin. Und zwar in der Höhe von 2500 Euro. Das heißt also, was euch kaputt geht, innen, Instandsetzung, Wiederherstellung bis 2500 Euro. Hanse-Merco und die Würzburger bieten das leider nicht mit an. Reiserücktritt. Auch ein wichtiges Thema. Was ist, wenn du krank wirst? Die meisten von den entsprechenden Anbietern, Vermietern haben ja dann eine Staffelung. Bis zu einem bestimmten Tag vorher musst du dann eben auch eine Anzahlung geleistet haben. Wenn du es nicht antreten kannst, musst du eben einen bestimmten Betrag zahlen. Ja, auch das kann natürlich schnell teuer werden. Auch hier springen natürlich die Versicherungen ein. Bei der Ergo-Versicherung ist es zubuchbar. Das heißt, im aktuellen Preis, den ich euch gleich vorstelle, ist es nicht enthalten. Aber es ist möglich. Hanse-Merco ist es enthalten. Und auch in der Würzburger ist hier der Reiserücktritt enthalten. Genauso ist es beim Reiseabbruch. Du führst dich zwischendurch vielleicht irgendwie Hunde-Elende, weil du doch was Falsches gegessen hast. Die Muscheln waren doch nicht mehr so frisch, wie es dir wahrscheinlich der Inhaber oder der Kellner empfohlen hat. Und du musst abbrechen, ja, dann kannst du das bei der Ergo dazubuchen. Gleich im Vorfeld bei der Hanse-Merco und bei der Würzburger ist das Ganze mit enthalten. Ja, und für all diejenigen, die vielleicht auch mal einen längeren Trip planen, ist ja natürlich auch wichtig, wo und wie lange du entsprechend dich versichern kannst. Bei der Ergo sind es 93 Tage. Du kannst sowohl in Deutschland, in Europa und auch weltweit dann unterwegs sein. Bei der Hanse-Merco sind es 92 Tage. Also im Grunde, ja, auf den einen Tag, ja, da legen wir jetzt nicht so einen großen Wert. Du kannst auch Europa und weltweit unterwegs sein. Und natürlich ganz klar auch in Deutschland. Bei der Würzburger sieht es ein bisschen anders aus. Da sind es tatsächlich nur 42 Tage. Also für alle, die sich länger freigenommen haben, sieht es da schon schlecht aus. Und du kannst auch nur in Deutschland und Europa verreisen. Also weltweit ist da sehr schwierig. Ihr seht also, die Versicherungen, die ja im Grunde alle das Gleiche versichern, haben schon erhebliche Unterschiede. Nicht nur nach dem Wert dessen, was versichert ist, sondern zum Beispiel auch wie bei der Ergo nach zusätzlichen Bausteinen, wie zum Beispiel, ja, der Innenraumschadenversicherung. Ja, kommen wir natürlich noch zur letzten Frage und zwar der Frage nach dem Preis. Das dürfte ja für viele entscheidend sein. Bei der Ergo ist es so, dass du bei 1000 Euro Selbstbeteiligung, wie es ja bei mir jetzt zum Beispiel bei Mobilzon der Fall ist, mit 8 Euro am Tag das Ganze auf diese 250 Euro reduzieren kannst. Du hast die Einbruchsversicherung, also die Diebstahlversicherung und die Innenraumversicherung noch dazu. Bei der Hansemerko bist du mit 11,50 Euro am Tag dabei. Und in dem Fall ist es auch tatsächlich die teuerste Versicherung in meinem Vergleich. Aber auch hier ist das erst der Einstiegspreis, denn das richtet sich dann auch nach Mietpreis pro Tag. Also dieser 11,50 Euro bist du dabei, wenn du die niedrigste Kategorie willst. Also dein Wohnmobil, Wohnwagen kostet nur 100 Euro entsprechend am Tag Miete. Kostet 150, 200, staffelt sich das, wird auch der Preis nochmal teurer. Und zum Schluss haben wir natürlich noch die Würzburger Versicherung. Die glänzt natürlich erstmal mit einem sehr, sehr kleinen Beitrag von nur 4,50 Euro pro Miettag. Aber Achtung, auch hier, da beginnt das Ganze bei einem Mietpreis von 50 Euro pro Tag. Und für 50 Euro kriegst du, glaube ich, keinen Camper irgendwo in Deutschland gemietet. Ja, da geht es dann wahrscheinlich eher um den Wohnwagen. Auch hier erhöht sich, sieht erstmal gut aus, die 450, aber das Ganze erhöht sich. Wenn du dann einen durchschnittlichen Preis hast von, sagen wir mal, 150 Euro am Tag für ein Wohnmobil, bist du natürlich bei einem deutlich höheren Preis. Du kannst aber, hast deutlich weniger Leistung und bist natürlich auch eingeschränkt in der Dauer und natürlich auch in dem Radius, wo du dich bewegen kannst. Weltweit fällt ja da ganz raus. Deshalb ist bei uns auch zum Schluss die Wahl quasi auf die Ergo-Versicherung gefallen. Denn sie hat natürlich gerade den größten Versicherungsumfang aus meiner Sicht, den günstigsten Beitrag. Und sie bietet eben als einzige Versicherung diese Innenraum-Ich-mach-s-mal-leider-kaputt-Versicherung an. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere sagen, ja, Moment mal, wisst ihr nicht Haftpflichtversichert? Die übernimmt das doch. Ja, ihr Lieben, da müsst ihr mal bei Haftpflichtversicherungen im Kleingedruckten lesen. Es ist tatsächlich so, dass viele Haftpflichtversicherungen Schäden an gemieteten Fahrzeugen nicht übernehmen. Das heißt, wenn ihr so einen Camper anmietet und ihr zerkratzt das Armaturenbrett oder haut mir einen Rucksack in der Tür raus, dann kann es durchaus sein, dass natürlich eure Haftpflichtversicherung das nicht bezahlt. Und genau aus dem Fall, in dem Fall gibt es dann von der Ergo diese Innenraum-Schutzversicherung. Die war mir ja sehr wichtig. Ich kenne mich ja mit dem großen Fotorucksack. Und zack, oh, wo geht die Dusche auf? Oh, jetzt habe ich so eine Hand. Wie unangenehm. Ja, kann passieren. Wir hoffen natürlich, dass nichts passiert, aber es kann passieren. Und in dem Fall bin ich abgesichert. Und da hätte ich lieber ein gutes Gefühl, als nachher wirklich eine teure Rechnung im Anschluss. Und sowas kann schnell teuer werden, ja. Geht man zu so einem Campingausstatter, sagst man ja, du, ich brauche hier eine neue Duschtür. Dann lächelt der schon ganz nett und sagt, oh, vielen Dank für den Auftrag. Ja, also es kann schnell teuer werden. Und so ist es eben auch mit der Selbstbeteiligung. Ja, wenn außen was passiert, euch fährt einer in den Caravan, dann wird es schnell teuer. 1.000 Euro, 5.000 Euro Selbstbeteiligung sind bei den Vermietern keine Seltenheit. Ja, passt da drauf auf. Und dann lohnt es sich tatsächlich hier bei der Ergo 8 Euro am Tag. Das sind gut angelegte 8 Euro. Da gibt es zwei Tankstellenkaffee weniger und schon habt ihr das drin und seid nach hinten raus safe. Ihr Lieben, ich hoffe, mein kleiner Tipp mit dieser zusätzlichen Versicherung, der hat euch gefallen. Und hilft euch vielleicht weiter, wenn ihr künftig auch mal überlegt, ein Wohnmobil, einen Wohnwagen anzumieten, um eine tolle Roadtrip-Tour hier zu machen. Wir hatten wir zum Beispiel dieses Jahr ja wieder in Schottland. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal solch eine Versicherung abgeschlossen. Vielleicht habt ihr auch schon mal einen Schaden gehabt. Nicht nur ohne diese Versicherung, sondern auch mit Versicherung. Dann schreibt mir gerne mal in die Videokommentare, wie ist das Ganze abgewickelt worden. War es problemlos? Habt ihr gut? Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Und während ansonsten für alle, die natürlich vielleicht einen solchen Roadtrip planen, die Anmietung planen, hoffe ich natürlich, dass der kleine Tipp euch gefallen hat und euch vor übermäßigen Kosten schützen wird. Auch in der Zukunft bei solchen Aktionen. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch dafür. Und wenn wir uns in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal. Denn natürlich werden wir ausführlich unseren Schottland Roadtrip hier auf meinem Kanal festhalten, mit euch teilen. Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen bis zum Ende. Auch wenn das Video mal ein bisschen außerhalb der normalen Fotografie-Videos war, aber es gehört ja dazu, zu solch einem Foto-Roadtrip. Ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.